Hallo und herzlich willkommen jetzt zum nächsten Mal von Linkzabweckling. So, wir haben jetzt den Schlüssel besorgt. Ein Herzer haben wir ja auch noch dabei gekriegt. Sprich, Herzkristall für meine Fähigkeit, so ausgesprochen. Jetzt müssten wir uns mal langsam zum nächsten Verlies begeben. Ich denke mal, er befindet sich, glaube ich, irgendwo hier oben, wo ich natürlich nicht hinklicken kann. Natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Ich wäre wieder klein. Okay, ich nehme mein Schildchen wieder, weil typisch halt die typische Ausdruck für Link und seine Ausstattung muss immer das Schwert und das Schild sein. So, weg, weg. Aber auch kurz wird es nie langweilig. Ich bin hier schon noch nicht langgegangen, ne? War Gell, oder doch? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ist lange her, da ich dachte, ich bin hier auch angefangen zu spielen wieder. Hatte auch eine kleine Aussage gehabt. Ich ging es gerade ein bisschen körperlich. Nicht gut. Und darum hat es ein bisschen mit den Videos bei mir gehapert, weil einfach ich mal wieder ein bisschen Erholung brauchte. Und jetzt kann ich wieder mit der Power des Götter uns weniger Verletzungen bekommen. Einen. Erhalten. Ach, ja. Wer ist denn da wieder? Der Schlüssel hat die Form eines Fischigs. Du solltest zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Okay, dann weiß ich ja bestimmt, wo ich hin muss. Ich erinnere mich irgendwie an die, an die Oster, Osterheierinsel. Osterheierinsel. Ja, zu Dorostüster waren wir ja jetzt. Wir werden jetzt aber erstmal zu Merengen gehen. Wollen wir uns ja mal gucken und abchecken, was mit dir ist. Das ist ein Teleporter, kann ich mal da nicht hin. Oh, Link. Ich bin auch oft in Zordorfen zu singen. Selbst hier lieben sie die Ballade vom Windfisch. Was ist denn dein Lieblingslied, Link? Ja, ähm. Toll. Ich war jetzt hier. Und, ja, und jetzt? Ja, egal. Dann bleibt ihr jetzt mal hier. Nicht mein Problem. Ich werde jetzt mal gucken, wie ich jetzt hier weiterkomme. Ich muss ja jetzt, glaube ich, wieder zu den Bergen. Zu den Zwergen. Ähm. Gibt es hier einen Weg, wenn wir vielleicht, um schneller hinzukommen? Ich werde jetzt auch mal hier hochgehen. Wie mache ich? Ich finde, ich stelle hier was. Aber so wie ich mich gleich anschaut, glaube ich, nicht. Aber ich werde einfach mal hier langlaufen. Äh, da, da, du Mistfee. Okay. Wir fordern wieder den Terror-Song, sagst du mir, Lied mit dem, oh, ich kann mich tragen und blablabla. Dann mache ich das wieder so. So. Dann soll irgendwie mal, ähm, rechts war ich schon gewesen, laut Karte. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier hoch. Bin hier nichts. Wow. Sehr toll. Ich hoffe mal, ich laufe hier in den richtigen... Okay, hier sehe ich schon mal ein sehr interessantes Risschen hier an dieser Wand. Deswegen mache ich jetzt mal bumm bumm hier. Bam. Dafür habe ich eine Bombe? Ich dachte, da wäre was wertvolles. Lass mich deine Wunden halten. Entspanne dich und schließe die Augen. Umrühren. Aber übrigens ist gut zu wissen, wenn ich mal weniger Lebensenergie habe, weiß ich auch, wo ich mal hinflüchten kann. Ich überlege gerade, kann ich eigentlich... Kann Link überhaupt... Okay, die Frage ist damit beantwortet. Und warum habe ich jetzt überhaupt die Greifenfehler genommen? Bin ich ihnen jetzt total machhaller? Haut ab, ihr. Weil ob das krank ist. Folg ihr. Ich würde jetzt mal hier lang gehen. Und hier war ich. Und jetzt? Hm, das sieht mir aber trotzdem sehr verdichtig aus, dass hier nichts ist. Na. Okay, war doch nichts. Naja, hätte ja sein können, dass ich hier was finden könnte. Hau ab, du. Ja, was haben wir jetzt hier? Ne, Knüppis. Tolle Wurst. Jetzt kann ich wieder... ... den ganzen Weg jetzt zurücklaufen. Egal. Kann ja nochmal alles nicht so laufen, wie ich. Ne? Geo? Oh, weiter geht's. Hau ab, Schwörmel. Danke. Ich glaube, ich müsste irgendwann mal da hin. Aber ich glaube, ich brauche jetzt... Irgendwann müssen ich auch mal die Flossen kriegen. Ähm, das ist auch wieder so eine Sache, die ich mal dringend bräuchte. Ähm. Hm. Da muss ich nicht hin. Aber ein falscher Weg. Ich wünsche, ich könnte schwimmen. Dann geht's viel schneller. La, la. La, la, la. Komm ins Zoodorf. Ähm, wir müssen mal hier lang. Wow, da war jetzt... Jetzt sag ich hier lang. Ich glaub mal, jetzt mal hier lang. Gucken, was ich hier finde. Äh, an! Gimm ich jetzt... Vieh. Oh, hier. Fang. War toll. Ähm. Geo? Ja, hier war ja die... Ja, genau. Hier war ja das... Alter, la, 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 la. Da war ja wieder ein Schlag zu viel. Wow. Ich glaub, meine Fresse! Alter! Boah! By the way, hab ich übrigens auch wieder, dass ich neuerdings leichter an die Decke gehe. Ja. Jetzt merkt ihr es. Ich geh neuerdings auch, ähm... Neuerdings viel, viel schneller an die Decke, als ich es sonst tue. Ich weiß auch nicht, was daran falsch ist. Aber... Naja. Da freut ihr euch lieber viel. Meine F... Kurva! Ja, ich kann das Ding auch nicht... Ich bin untergetaucht, ich kann's mich nicht töten. Aber dafür guckt ihr was raus von mir. Ein Teil von mir. Und ich kann mich damit berühren. Hahaha. Alter! Wie geht das wieder auf die Nerven von mir? Ähm... Da war das aber Schluss. Kandalett. Das heißt, ich muss jetzt den ganzen Weg da hochrennen wieder. You gotta kiddin' me. Alter Schwede. Das ist jetzt doch ein dummer Scherz, den ihr gerade hier macht. Das finde ich echt nicht witzig gerade. Ähm... Ähm, nein. Danke. Hau ab! Get on my way! Das Stoppkürzen ja da lang so. Ähm... Warte mal. Ähm... Heiß, ich müsste mehr hochrennen jetzt. Mal gucken, ob das hier eine Abkürzungsgerade ist. Ich hab grad nicht mehr so die Landschaft so in der Birne. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal... ...so mich hervorfinden. Ah! Guck mal, wir haben ja schon so... ...Hexen wieder gefunden. Friedhof. Da war ich schon. Friedhof muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Ich hab gerade ein bisschen... ...klein bisschen... ...Furcht vor diesem Dämmchen... Naja, die hat mir ja den Zaubertrank gegeben. Das ist auch was Tolles. Jetzt brauchte ich nochmal die Fäder. Obwohl, wenn ich grad mal so überlege, könnte man eigentlich auch mal kurz einen Abstieg... ...jetzt hab doch hier so ein Foto laden, oder? Ist doch nicht hier irgendwo? Das wäre doch cool. Leider könnte ich mir mal kurz so ein Foto-Album angucken. Weil ich... ...gesinbt da ein paar Bilder, die ich mir gerne mal nochmal angucken möchte. Die wurden ja nicht gezeigt. Boah, wo ist denn dieser Foto-Laden? Ah! Hier bist du ja. Wolltet mal reingehen. Fünf Bilder passen noch ins Album. Was soll ich fotografieren? Ja, kannst du ja noch. Ich will jetzt mal kurz hier gucken. Die Abenteuer des Link. Möchtest du ins Album schauen? Ja? Gib mal her. Ich möchte mal gerne mal... ...ein paar Bilder sehen. Wie das... Ja. Möchtest du gerne ein paar Bilder mal angucken? Machen wir ein bisschen ein witzes Bild hier. Ach, doch nicht so? Ich hab gedacht... Schade. Ich dachte, die Bilder wären... Oh, naja. Ich dachte, die Bilder würden... Oh mein Gott. Ich würde jetzt gerne trocken, aber dafür braucht man ja so einen Printer. Schade, die das Bild nicht weitergemacht haben. Wir sind damit vielleicht gerechnet, dass... Das ist knuffig aus. Das war das erste Bild. Oh, das Bild. Oh, das Bild sieht ja echt cool aus. Da finde ich... Das haben sie wenigstens gut gemacht. Fünf Fotos. Hm. Ich hoffe mal, dass ich die Fotos noch kriege. Äh... Muss ich mir mal noch überlegen. Ich glaube, die Fotos kriege ich aber auch noch im Laufe des Spiels. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Na, wenn nicht, dann würde ich... Irgendwie würde ich das wieder herzaubern. Ich will ja auch noch Sachen reinkriege. So. Jetzt gehen wir mal hier lang. So, warte mal. Tamarenberg, Schleimsampf. Ich werde mal zum Tamarenberg mal begeben. Dann müsste ich doch ein bisschen da fündig werden, weil er hat ja was von Bergen gelallert. Ich würde erst mal nach rechts mich halten. Weil da sieht es mir noch mehr nach was aus. Und wenn man hier gerade die Stange sieht... Ist es wohl klar, dass man das was finden kann. Das ist schon mal Wasser. Das hat schon mal Sinn. Weg. 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 So. Also da, wo das Wasser verschwindet, muss ich reinspringen. Weg! Du dummes, krasses Hüpfervieh. Okay. Hau ab! Pass mich nicht an. Pack mich nicht an. Da, lang. Da geht es schon mal nicht lang. Ha, ha, ha. Oh, guck mal hier. Super. Jetzt sieht er aus wie... Ha, ha, ha. Hier geht es nicht weiter. Hau ab. Uh. Komisches Ding, was auch immer du bist. Ah! Oh! Das meine ich nicht mit Ah! So. Ich komme auch kurz hier rein. Weil... Jetzt habe ich den Teleporter freigesch... Du willst mich doch jetzt natzen, oder? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ah! Da könntest du doch laufen! Link! Tolle Wurst. Ich habe mir gerade unnötigen Weg gemacht. Aber gut, du wirst, dass ich dann doch hier runtersausen kann. Schön. Schön. Genau. Schön und gut. Aber wie komme ich denn jetzt da hin? Auf jeden Fall muss ich... Ah! I understand. Okay. Schon kapisch. Ich muss jetzt den Berg hochklettern. Ich muss hoch da. Ich muss da von oben oder runter springen. I have a capi shit. Jetzt muss ich mal eben hier lang. Wieder mal weg da, Schweinchen. Schweine rein hier. Das heißt, ich müsste jetzt hier hoch... Was haben wir denn hier? Da können wir direkt mal rein glitzen. Ah ja. Oh Gott. Und da ist hier vermutlich ein Herzkristall. Sieht nicht so aus. Das sieht aus wie... Damn it. Warte mal. Federchen, komm mal her. Zack. Komm mal hier lang. So. Lale. Ähm. Ich hoffe, die kann man jetzt so zerschlagen. Warte mal. Warte mal. Ähm. Ähm. Ja. Ah. Kapisch. Oder auch nicht. Aber eben so. So. Weg, weg, weg. Weg. Ja, toll. Jetzt soll ich jetzt mit dem A hauen. Aber gut, schon mal zu wissen. Jetzt müssen wir hier so sehen hier. Dann. Hm. Gehe ich schon mal hier hoch. Und dann könnte ich ja den so verschieben. Dann den so und den so. Aha. Wah. Weg, sagt ihr wahnsinnig. Okay, okay. Gehen wir mal hier hoch. Aha. Ich werde dich finden. I will find you. Ah, ja. Ich weiß es doch, Junge. Warum, kapierst du, warum hältst du es denn nicht für dich selber? Ich weiß das doch selber, dass man die zu oben rennen kann. Du hast doch die Stiefel jetzt. Ich mach die Truhe neugierig. Aber ich habe jetzt im Moment nichts, um da rüber zu gehen. Damn it. Ach, hier sind es zwei Ausgänge. Mein Gott, ja. Junge. Oh, das kann nerven. Oh, warte, warte. Hier lang. Oh, ja toll. Dafür. Na egal. Ich mecker nicht. Ich dachte, der wäre frei. Herzkristall. Aber ich ärgere mich nicht. Vielleicht habe ich ja noch genug Robi. Okay. Was ist mit dem da oben? Kann ich überhaupt hier nochmal hinlaufen? Aber ich glaube, der hier sieht nachher aus, dass ich mit dem was tauschen kann. Da will ich mal hochgehen ziehen. Kann man zu denen hochgehen? Oh Gott, mir verfallen mit dem Schleim. Oh, gut. Das sieht nach einem Jahr aus. Und hier ist ne Truhe. Ah! Wenn auch noch die Truhen zu Fake-Truhen. Weg. 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 Oh. Hm. Aha. Tja, ich habe mich verlaufen. Wie ich es vorhergesagt habe. Und jetzt bin ich so K.O., ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zufällig etwas Essbares für mich? Klar, hier, die Ananas. Hm, diese Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss die gleich essen. Wow, der haut ja rein. Lecker, ich gebe dir dafür einen, was soll man das? Ein schöner Hippiskus. Okay. Okay. Du hast die Ananas gegen einen Hippiskus getauscht. Ich fühle mich wie neu geboren. Ist der jetzt weg oder was? Tatsächlich, der ist weg. Okay, ich werde mich mal kurz mal hier umsehen. Da muss ich später was haben für. Da komme ich ja nicht so ran. Ich denke mal dafür, die Hipsmittel bekomme ich aber noch im Laufe des Spiels, ja. Okay. Schauen wir mal hier nach. Hier kommen wir also noch nicht hin. Heißt, ich muss wieder hier... ...mich hier von blöden Fledermäusen wieder annagen lassen. Nag, nag. Arg. Darauf gehen wir ja schön hier lang. Ich glaube, hier hoch komme ich nicht, oder? Nein. Ich glaube, hier irgendwo kann ich... Aha. Das sieht schon sehr aus, dass ich hier gleich runterspringen muss. Da kann ich schon mal nicht lang. Aber warum brauche ich dich was zum Schwimmen? Ich schwimme mal hier runter eben. Aha. Mal kurz hier rein. Gibt's denn hier lang überhaupt? Seid Neugierde hier. Was gibt's denn hier? Ah, super. Super. Also das ist schon mal der Rückweg, den ich bräuchte später mal. Okay, Fischenkopf. Dann wollen wir mal hineingehen. Ich glaube, hier habe ich genug Bomben. Level 4 Wandertunnel. Part Cut. Bis später dann mal.